Die kommt ja schon. Moment, Brille, jawohl. Sie sind ja gar nicht hin. Läuft sie? Ja, ja. Reck. Also, es zählt dort, bei den Zahlen. Bei den Zahlen? Ja. Kappe. Herr Eschbacher ist... Eschbacher. Herr Eschbacher. Moment, klopfen. Ja, weiss ich nicht, weiss ich nicht. Weiss ich nicht. Rufen Sie an. Sie sind nicht gelachen. Nein. Herr Eschbacher? Eschbacher. Herr Eschbacher. Herr Eschbacher. Er ist ja bekannt. Gesundheit. Gesundheit. Es ist ja meistens... Es ist ja so, dass die Rockstars, die heutigen, sich gerne ein wenig jünger machen, als sie sind. Jetzt bei euch geht ein hartnäckiges Gerücht. Ein hartnäckiges Gerücht geht um, dass sie auch schon gegen die 56 Jahre geht. Ich muss sagen, Herr Kocherer, ich verwehre mich verhemd, verklemmt oder einfach... Verhemd. 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 Ich wehre mich verhemd gegen... Was sollte ich haben? Was ist da? Aha. Ich wehre... Ich wehre mich verhemd gegen... Dass ich 56 bin, ich wehre der erste 61 und ich lasse mich das nicht... Herr Kocherer, was man mich älter machen will. Achtung. Bei der Gelegenheit nehme ich auch noch ein anderes Gerücht an. Dass die nämlich gar nicht selber spielen, sondern dass alles bei euch bleibt. Ich bin im Studio gewesen, an der neuesten Aufnahme gemacht. Mit einem Fahrzeug-Solo. Mit einer Rap-Band namens Rap. Und ich gehöre dir selber, was bei euch höchst... Höchst... Yeah. Baby Groove. Baby Groove. Baby Groove, yeah. Hey! Schnee! Schnee! Einer... Einer, ich bin schon da dran. Ach ja. Komm, mir lecker. Mir lecker.